Link schon, ja. Links, 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 auf der Straße. Also, da war gerade Straße. Oh, hier steht doch einer im Buschens. Hallo. Äh, wo jetzt? Geradeaus. Ja, weiter. 100 Meter. Hinter dem Fahrzeug wahrscheinlich oder so. Neben dem Fahrzeug. Oder nicht vor dem Fahrzeug. Ja. Wurde wahrscheinlich überrollt oder so. Okay, Schüsse, Alter. Ich seh's, ich seh's. Woher? Ach, schade, jetzt war unser Medic-Tot vor uns. Ich fahr drauf zu. Ja, ich seh's. Oh, warte mal, langsam, langsam, langsam. Ich kann nicht so schnell. Naja, da waren wir schon hinüber. Ähm, können wir... Haben wir uns die Kills geteilt. Aber wir können dazu... Er hat ja bestimmt eine Tasche, auf die wir zugreifen können, oder? So. Können wir auf sein Medic-Zeug zugreifen? Wirklich, ich hab's jetzt vielleicht... Oh, da sind wir aufgestanden. Was? Die beiden, die ich überfahren hab, die sind einfach nur umgekippt. Hab's aber nie oder sowas? Ja, irgendwas schießt, ne? Ich würd sagen, wir laden Henne ein und fahren wieder zurück. Na, wollen wir mal versuchen, Henne zu heilen? Der Typ kommt doch bestimmt... Wir können Henne nicht heilen, wir müssen keine Medics. Bleib mal stehen. Ich mach das, oder? Wäre besser. Kannst du schießen. Na gut. Ich hab das ja für keine gute Idee. Hier ist doch 104 Meter. Wenn der Medic nur endlich mal zu mir käme. Ich muss hier irgendwas entfernen. Können wir auch da hinfahren. Ist doch super gut. Wenn ich Sachen raus tue, kann ich ihn wieder aufgeben? Nein, das geht nicht. Du musst Medic sein, sonst kannst du's nicht tun. Mist. Ist ja doof. Mach gut, ich stärke wieder einen. Ja. Hau ich hin rein. Achso, warte, nee, da war das Kappen. Carry, drag. Drag, drop. Carry. Jim, carry. Du kannst den anderen rein carryen. So? Dann. Warte. Das dauert ewig, diese Carry-Animation. Carry musst du machen, ne? Ja. Hier geht weiter drauf. Niemals. Wann ist denn eigentlich nur am Schlüssel der Typ, der mit jetzt gerade Carry? Wahrscheinlich schon, ja. Achso, ich verwache jetzt drin. Und was brüchst du dann? Fahrt mal Richtung, ich hab keine Karte, aber 100 Meter, müssen wir auf der Karte gucken, in 100 Metern Entfernung ist ein Medic. Ja, ich schau mal. Erkennbar an seinem Symbol. Drin? Drin? Ja. What? Alter, what the fuck? Ach, das schon wieder, wie vorhin. Und du? Und du? Na toll. Was machen wir jetzt? Warte, ich versuch dir zu rammen. Ich bin gerespawned. Nee. Alter, ich hänge fest. Hä? Ich bin als... Wie habt ihr das gemacht? Guck mal. Wie habt ihr das gemacht? Na, wo seid ihr? Was geht denn bei euch? Ist das ein Werkanzer von uns? Ja. Hallo. Ja, ja. Wie bist du denn jetzt gerespawned? Weiß nicht. Warum nicht? Kann man mal tun, ja. Ach. Was war denn das? Oh Gott. Wir sind aber auch selten dämlich, echt. No? Ich bin gerespawned und schon wieder tot. Ich möchte jetzt wieder diesen Bug machen. Ich hab ein Panzer oben. Alter, was geht's? Alter, was geht's? Es ist fantastisch, dieses Spiel. Nochmal. Oh Mann. Ihr seid alle, ihr seid alle so richtig scheiße. Bist du grad nimmst? Vor allem in den Schuss gefahren. Alter, wir sind absolut die Spezialisten, ey. Das muss ich echt sagen. Was kriegen wir alles hin? Wir bringen Leute um, die wir dann gleich wieder re-vive'n. Kippen unseren Panzer um, den wir wieder umbauen und vielleicht durch die Map fliegen. Das ist schon alles hinterhaltsam. Das ist übrigens immer noch rot. Ja. Rot. Ich kann schießen und drehen. Das geht. Wahrscheinlich kann ich sie nicht nochmal reparieren. Das war jetzt echt zu witzig gerade. Also, dieses Spiel ist klasse. Stützen wir die mal. Ach ja. Ja. Ich kann schon wieder reparieren. Ich kann schon wieder reparieren. Ich tue es mal. wieder einfach nichts zu machen. Brauchst du da eigentlich nicht hier? Ist ich nicht... Es gibt irgendwelche Reparatur-Tools? Oh jetzt hier. Was ist es denn? Dann ist es wieder besser. Okay, cool. Achtung mal worauf der schießt. Richtung Stadt schießt der wahrscheinlich, oder? Ich kann es nicht benutzen. Ich kann es nur demontieren. Stopp. Okay. Win-win, würd ich sagen. Cooles Ding. Have fun, good luck. Pagetegen. Alter! Na, ich mach grad Brake-Dance. Wer ist das? So, Kommandant. Kommandant, ja. Oh, feine Mieze-Katze. Oh, so weich. So wahnsinnig, wahnsinnig weich. Also, manchmal hat der unglaublich weiches Fell. Das geht gar nicht. Kommandant, kommandant, struppig. Dann würd ich auch sagen, dass sein Futter liegt. Unterm Kater liegt sein Futter. Okay, also der hat in letzter Zeit nur Fisch gekriegt. Ich muss schon kurz wegnehmen. Omega... Ich weiss nicht, ich glaub der mag keinen Fisch. Am liebsten ist er... ...ist er... ...Chicken. Oder... ...oder... ...Turkey. Der sagt wohl, wir alle Turkey hassen. Beef... Beef ist auch noch mit drin. Aber eigentlich... ...Fisch... ...das verschmäht er immer. Unverguckt. Flügel ist der Hit. Boah, wollen wir die Zauber wechseln? Ich kann so nicht spielen. Ne, das wird er wieder besser. Das ist immer so hier. Ja, aber das macht echt keinen... ...das macht keinen Spaß. Da krieg ich Kopfschmerzen von. Zehn Frames und ich krieg Kopfschmerzen von. Ja, aber das hört doch wieder auf. Das ist dann lustig. Ich kriege trotzdem Kopfschmerzen davon. Das ist sinnlos. Ja, dann hast du ja jetzt schon Kopfschmerzen. Dann müssen wir jetzt der Lade aufhören. Oder wie? Ja. Weil das bessert sich mit den Frames. Und wenn sich dann mit den Kopfschmerzen auch wieder bessert, ...ist du eines schick. Kommandant zurück. Oh Gott, klein ist er kaputter Heli. Wieso? Seht ihr das nicht? Da hinten klasst schon noch irgendwas auf dem Boden rum. Nur der Jet. Was ist das, was das denn? Die kriegen sich gerade alle um hier. Ich glaube, das war eine Drohne, kann das sein? So, ich kann übrigens... Gehst du das? Zurück. Was? Zurück? Nö. Und dann hier rechts. Wo willst du hin? Ein Stück zurücksetzt, und dann rechts. Alter, ich hab... Jetzt kann ich so nicht spielen, ne? Oh, was passiert denn? Naja, ich hab jetzt... Alter! Ich hab sieben Frames gehabt jetzt. Jetzt hab ich... Not bad.